Willkommen zusammen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Mit dem Patch 1.4 hat Giants eingeführt, dass wir auf PC nur noch 100 Paletten auf einem Spielstand haben können. Und auf Konsolen sind sogar nur 50 Paletten. Aus Performancegründen. Ich muss sagen, wir haben hier auf unserem Server diese Paletten stehen. Bei den Hühnern hinten steht was. Hier stand die ganze Zeit alles voll. Der Benni hat bestimmt 100 Paletten rumstehen. Und andere auch noch. Es gab absolut keine Probleme. Und dafür gibt es jetzt einen Fix. Und zwar den Palette Fixer 1.0. Ist eine Mod. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und es ist insbesondere sehr, sehr wichtig, denn man kann so nicht mehr weiterspielen. Also ich müsste jetzt die ganzen Paletten hier wegräumen und verkaufen, damit hier überhaupt wieder was rauskommt. Damit da unten bei den Gewächshäusern wieder eine Palette rausgestellt wird. Und ich brauche ja bei meinen weiteren Produktionen wieder Materialien. Sonst könnte ich das Ganze ja nur noch über direkt verteilen machen. Und das würde so ein bisschen Spielspaß nehmen. Ich möchte ja gerne auch einen Gabelstapler rumfahren. Und deshalb habe ich die Mod hier jetzt schon wieder drauf gemacht. Und hier standen vorher keine Paletten. Und jetzt werden hier endlich wieder Paletten rausgestellt, die ich verkaufen kann. Wir können mal reinschauen. Produktionen. Kartoffelpuffer. Da seht ihr, der hat hinten schon einiges rausgestellt und da ist immer noch was im Lager. Genauso wie bei Kartoffelsalat und Kroketten ist noch was im Lager. Alles steht hier voll, weil sich das einfach über die letzten Tage angestaut hat. Da bin ich sehr, sehr froh, dass es diese Mod jetzt gibt. Wie ihr seht, auch Multiplayer-fähig. Der Modder schreibt, das Ganze wäre mit Konsolen, PC und Mac-Unterstützung die Mod. Aktuell ist mir nicht bekannt, dass die schon im Mod-Hub ist. Und es ist auch ein Skript-Mod. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf Konsolen funktioniert. Ihr könnt es gerne ausprobieren und dann Feedback geben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Altis. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.